Kann ich da? Ja, kann ich. Oh, ne Schnecke. So. Das ist wirklich alles nur mit, äh, also quasi A Cappella aufgenommen. Sehr, sehr geil. Hey, dann haben wir die Schnecke quasi freigeschaltet. Ah, jetzt kommen wir da hoch. Oh, wo ist das denn? Ein Schlüssel? Ein Schlüssel. Okay. Wie sie sich freuen. Da gehe ich mich mal umgucken, wo wir den Schlüssel brauchen. Ah, da wahrscheinlich. Hier ist noch ein Schlüssel. Was ist da oben? Oh. Die Stabheuschrecke. Also ähnlich. Strassica. Errungenschaft freigeschaltet. Oh, neues, was auch immer. Und? Noch, noch ein... Oh, noch mehr davon. Los, wir verbreiten uns richtig hardcore hier. Kann ich das überhaupt... Gibt es hier irgendwann ein Ende davon, oder? Kann ich hier mich jetzt hier dumm klicken? Nein, ich glaube, ich kann mich dumm klicken. Oh. Wo läufst du hin? Oh. Ja, war ich hier schon? Oh, noch mehr davon. Oh, ein Schlüssel. Oh, ich bin fünf insgesamt. Ich... Ja, dann würde ich mal... Ja, stimmt. Wir haben da ja auch fünf Schlüssel gesehen. So, da war ja... Nichts weiter, ne? Dann würde ich mal sagen... Holen wir uns die goldenen Schlüssel erst mal wieder. Ah. Okay. Oh, das Ding kann ich mir nicht holen. Ach, runter geht's auch noch weit. Oh Gott. Obwohl, doch gehen wir erstmal runter. Heilige Mutter Maria Gottes, was ist das denn? Oh. Wir haben so ein Blatt gefunden. Ach, das ist eine Karte. Okay, das ist ja cool. Das ist nochmal richtig cool. Genau. Nochmal. Ah, ja, sind wir vielleicht hier. Boah, wie sieht das denn aus mit Sachen, die... Kommen wir mal hier runter. Ach, erkunden wir automatisch. Okay, nice. Was bist du? Das ist drin, die haben Rad. What the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Noch mehr? Da unten ist noch einer. Da könnte ich rein. Oh. Äh. Was für ein Arsch. So, mit wem klappt es? Mit dem nicht, okay. Mit dem hier? Nein. Wie cool. Meins. Schade, aber mit dem kann ich jetzt nicht gucken, ähm, was er gemacht hätte. So, bloß weg hier, ey. Ich hab echt, es ist nicht furchtbar. Aber, warum muss ich hier jetzt? Oh Gott, aber ich fall, ich fall hier langsam weg. Oh. Alles klar. Oh, was läuft denn da? Irgendjahr freigestattet. Brug. Okay, ich glaub, hier gibt's sonst nichts weiter. Die Blätter bewegen sich. Hier was? Und wenn ich hier lang gehe. Komm, ah. Hä? Ich glaub, ich bin einmal im Kreis gelaufen. Ich kann da hoch hin, ich kann da runter. Hä? Ach, spring ich aber drüber. Cool. Hi. 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 Guck mal, jetzt hab dir... Krieg ich wenigstens einen Schlüssel dafür? Kiko, kiko weg. Der Wunscher freigeschaltet. Okay. Ja. Oh, da ist ein Schlüssel. Okay, der will scheinbar nicht. Was bist du denn so aggressiv? Sag mal. Den kleinen habe ich hier noch, aber der springt einmal auf. Äh, Moment, was passiert da gerade? Cool. Ähm. Juhu. Okay. Putzig. So, hier runter war ja nichts weiter. Da war auch eine Sackgasse, so weit ich weiß. Was konnte ich da irgendwie noch weiter? Nee, nee, ging nicht. Okay. Okay, dann bin ich hier wieder. Okay, dann bin ich hier. Dann ging es da zu einem Bösen. Und da ging es zum goldenen Schlüssel. Ich glaube, ich glaube, ich brauche dich noch nicht. Glaube ich zurück. Oh. Hoppala. Nein, ich bin nicht müde. Hoch geht nicht mehr. Okay, dann bleiben halt nur noch die beiden. Ah, hier war ich schon. Und da ging es genau. Ähm. Ich glaube, wir müssen uns einfach so lassen. Ähm. Okay, irgendwer muss sich das Ding holen. So, du wahrscheinlich nicht. Du? Okay. Das geht nicht. Nein. Okay. Ah, Gott, Gott, Gott. Ich gehe jetzt aber jetzt nochmal. Eins, zwei, drei, links. Kann ich das nicht abbrechen? Oh. Das war gar zu fatig. Juhu. Ich hätte gerne das mit den anderen gesehen. Blöd, dass das nicht gezeigt wurde. Aber immerhin, jetzt haben wir auch vier Schlüssel. So, ich muss nur kurz. Vitamin C-Tablette nehmen hier. Okay, warte mal. Hier können wir rüberjumpen. Und das können wir noch nicht öffnen, weil wir noch... Sonst noch ein Schlüssel... Einen Schlüssel fehlt. Ähm. Ähm. Oh, das ist jetzt noch ein Pfeil nach unten. Kann ich nicht irgendwas hier machen? Nö. Achso. Äh, was war das? Ja, gut. Dann... Was es damit auf sich hat, keine Ahnung. Gut. Der einzige Schlüssel, der noch da ist, ist... Äh, der hier, ne? Ich habe keine Ahnung, wie ich das lösen kann. Oh, warte mal. Vielleicht doch... Ah. Puh. 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 Okay. Cool. Ja, okay. Jetzt weiß ich, wie. So. Moment. Puh. Oder kann ich den jetzt schon holen? Ah, perfekt! Ja, nice!